so moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren wwe superkart video auf dem kanal der taker ja heute wollen wir uns mal ganz kurz bevor wir das eigentliche video starten noch einen kleinen stream ausschnitt angucken da waren wir mal wieder live auf twitch punkt tv slash der taker unterstrich gern mal abchecken und follow da lassen auf ehre wir haben die kollekte bits eingesammelt und dies die quest fertig gemacht die quest um die gute stacy kepler wie auch immer und ja da kommt man kurz rein und dann sehen wir uns sofort wieder gucken uns unser code breaker ergebnis an und ich habe noch ein tbg pack und die erste forged fusion bis gleich so moin moin und herzlich willkommen wir befinden uns gerade live auf twitch und wollen kurz unsere kollekte bits abholen vom sommer event und unsere stacy quest abholen und ja ich würde sagen damit fangen wir mal an sollte ja keine besondere überraschung hier mehr geben kriegen wir noch 100 super coins und natürlich alles fertig das obere pack damit stacy einmal als single am start wird wahrscheinlich auch nicht mehr pro werden wenn ich sie nicht irgendwoher noch a cash aber das bild haben wir am start nehmen wir mit schreibt gerne mal in die kommentare ob ihr die gute pro bekommen habt oder auch nicht sammlerstücke laufen in zwei stunden 38 ab 37 und wir haben uns überlegt die man nicht verfallen zu lassen ein bisschen was haben wir ja angesammelt leider reicht es nicht für john cena pro könnten uns hier ein single holen für john cena ja diese variante aber wir haben uns dazu gerade im chat entschieden dass wir zweimal das sommer pack hier holen werden und von den news holen wir uns zweimal das andere sommer pack für 3k ich würde sagen damit fangen wir mal an let's go gucken was da schön jetzt rauskommt eine gute elemental karte haben wir noch nicht pro von daher ok ok nehmen wir mit davon können wir uns noch ein pack leisten leider fehlen 165 dann hätten wir uns noch eins kaufen können aber es ist wie es ist let's go behemoth live morgen ich glaube die wird sogar noch pro dadurch also auch in ordnung bobby auch noch nicht pro nehmen wir mit gucken wir mal schnell rein sage ich doch alles groß hier am start sehr gut für die sterne wertung alles mal schnell gesilbern so viel zeit muss sein und dann holen wir uns noch eine sommerkarte pro kappa ja ich sage kappa weil es ist nicht so wahrscheinlich denn ich habe noch keine einzige sommerkarte über das event bekommen über die zeit des events jetzt bekommen wir noch zwei karten wahrscheinlich zwei bilder und ja nehmen wir mit würde ich sagen let's go als erstes randy orten ja wenn er jetzt pro werden würde wäre es auch nicht mehr so wild aber würde ich natürlich nicht nein sagen ansonsten nehmen wir gerne noch das bild oder das sascha bild und ja für got like mal schauen mit runter zählen jetzt hier drei zwei eins gut riddle ah in ordnung nehmen wir mit die beiden bilder riddle und arke oder auch gesagt arke bro so willkommen zurück ihr habt es gesehen leider kein john cena pro für mich und ja forged sommerkarten sind leider bei mir auch nicht geworden gerne mal in die kommentare wie es da bei euch aussieht also nur die beiden singles die wir gerade im video geholt haben keine weiteren davor meine ich kein forged pro hätte ich gern gab ein paar forged sommer pros aber ist nicht geworden schreibt gerne in die kommentare ob ihr ein paar pros bekommen habt und ja ansonsten stacy bleibt wohl single für immer aber nehmen wir mit ich würde sagen wir gehen mal als allererstes in die fusion guck mal rein was da schönes gibt ich war noch nicht so fleißig habe tatsächlich erst eine geholt und wir bekommen du drop wenn wir so normal ziehen in der nächsten fusion wäre es gut wenn ich wahrscheinlich wie immer ohne value die fusion aber nicht schlimm so als nächstes gucken wir uns unser code break ergebnis an wir hatten ja im stream wenn er dabei war so die top 1000 angepeilt ich muss aber sagen die leute waren echt sehr aktiv ich weiß gar nicht ob wir hier noch das pack sehen wie viel reden wir gespielt haben ich meine wir waren ja rang 1297 also knapp an den 1000 vorbei aber ich bin noch zufrieden mit 161.000 punkte ich glaube wir haben auch so 214 arenen oder so gespielt also schon ordentlich ich muss mal sagen respekt an die ja sag mal top 2000 die haben auf jeden fall ordentlich gas gegeben und ja haben wir uns eine halbwegs gute wie ich finde tony storm zulegen können platz 1297 hat sich jetzt erstmal hier bei uns als viert stärkste karte eingereiht ohne playlevel theoretisch müsste er sie ja noch an seth rollins vorbeiziehen oder sie ist schwächer werden wir sehen aber auf jeden fall erstmal gut und apropos tony storm brand aktuell porträt pack von ihr mit einem ja ganz nice bild ich würde sagen da gehen wir rein das holen wir uns gibt es noch eine bio karte mit dazu ja nicht so verkehrt nehmen wir mit so und zum ende des videos holen wir uns noch ein schönes tbg pack ab wir haben hier noch die belohnung von den drops die letzte da ist die die da drin die womens karte und wir riskieren es mal und versuchen es aufzuheben für die neue stufe mal sehen ob sich anpasst wenn nicht kriegen wir denn halt noch eine diva karte hinterher womens karte entschuldigung ja wir haben uns durchgesetzt gegen kann ich leider nicht aussprechen wenn ihr es aussprechen könnt schreibt es mir gerne in die kommentare mal gucken ob sie noch was gutes gibt 3 2 1 725 super coins die nehmen wir mit wir wollen ja zur neuen stufe einige super coins runterziehen wenn ihr da dabei sein möchtet höchst wahrscheinlich kommt er die stufe am 11 8 und wir werden wahrscheinlich die ganze nacht online sein und pix ziehen aber werden wir sehen ob es auch wirklich kommt die stufe so können wir das beides raus löschen und ja das war es eigentlich schon mit dem video was ist hier noch los training abgeschlossen perfekt die stacy quest übrigens sollte ja bald enden morgen nacht eventuell kommt dann eine john cena quest müssen wir mal sehen aber ja ansonsten flash events die woche noch schreibt mal gerne eure tipps in die kommentare wer es sein könnte ich tippe aus hören sagen auf finn bella mal schauen ansonsten bleibt gesund lasst gerne ein like unten abo da wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten mal haut rein und ciao ciao